Es ist der Box-Coup des Jahres. Sport1 und das Team Sauerland sind bis 2020 Exklusivpartner. Das heißt, Superstars wie Arthur Abraham, Vincent Feigenbutz oder Tyron Zeuge haben ab sofort ein neues Zuhause im FreeTV. In den drei Jahren sind 60 Veranstaltungen enthalten. Das bedeutet, pro Jahr reden wir über 20 Kampfabende. Da freue ich mich sehr drüber. Das heißt, wir reden über 100 Boxkämpfe im Jahr live im FreeTV, aber auch in der digitalen Verwertung über sport1.de, online und mobile. Und das ist ein großes Paket. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr punktuell das Boxen suchen, sondern man weiß am Samstag, wo läuft das Boxen, wo läuft das hochwertige Boxen. World Championship Boxing, Championship Boxing, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, das Klassische wird es noch geben. Die Produktion wird ein bisschen anders sein, ein bisschen mehr auf den USA gemacht. Dann gibt es Next Generation Boxing, das heißt kleinere Veranstaltungen, wo junge Boxer zu sehen sind. Auch im FreeTV. Und dann natürlich International Boxing, wo wir große Kampfabende aus dem Ausland verfolgen werden, wo auch deutsche Boxer mitmachen werden. Und das ist natürlich auch schön für junge Boxer, die bei den ganz großen Kämpfen im Ausland dann dabei sind.